Morgen! Viel Spaß euch! Guten Morgen! Ich fahre jetzt noch einmal den 1.1. Nachdem ich den gestern zweimal gefahren bin, wollte ich noch einmal fahren. Aber dann hatte ich leider einen Platten. Also fahre ich jetzt noch einmal und dann geht es weiter nach Steinach. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ganz schön zerballert hier oben, aber es bockt. Kurven bin ich immer recht langsam, da komme ich noch nicht so schnell rum. Aber sonst macht es Spaß. Ui, ui, ui. Das ist halt so. So, jetzt links rein, genau. Das sollte man nicht verpassen. Das ist immer im Gebüsch. Guti, hui. Erster Teil geschafft. Macht echt Spaß hier. Schön, natürlich. Viele Wurzeln, Steine und so schöner Waldboden. Das ist geil. Gut. Schau mal weiter. Meine Bremse spackt ein bisschen. Ich glaube da ist irgendwo noch jemand hinter mir, dessen Bremse mehr spackt. Das höre ich gerade schon leicht. So, zwei Sprügel. Nach dem zweiten muss man voll in die Eisen gehen. Mal in die nächsten Rechtskurve. Links könnte man zwei Zweier wechseln. So, hier scheppert es ziemlich. Ja. So, ui. Ein bisschen verkackt jetzt. So, hier ist eine ziemlich große Stufe. Ja, kann man aber abrollen. So, hier fahr ich ganz gerne oben. Ist wahrscheinlich nicht die beste Line, aber funktioniert irgendwie. Ja. Ja. So, ich glaube das ist doch meine Bremse. Ich glaube das ist doch meine Bremse. Die Blütensteige. So, hier. Straight durch. Ja. Und rum. Und. Und rum. Ja. Und hier geraten durch. Ja. 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 Geil. Na schauen wir mal weiter. Würde ich sagen. Ohjaaja. Verliere ich auch jedes mal mein Metall so ein bisschen. So. Wollen wegbremsen. Und dann gehts hier weiter. Die Kurve ist recht schottrig, weil der vom Weg reinkommt. Ab jetzt kommt der technischere Park, würde ich sagen. Zumindest komme ich den Rest nicht mehr so flobrig durch. Vielleicht zu fliegen. Kurz. So, jetzt badert es hier ein bisschen wieder. Geht aber links gut runter, deswegen möchte ich auch ein bisschen langsamer. Oh, ein kurzes Päuschen. Da drüben sieht man auch ein 2,2 runterkommen. Das ist nochmal so ein Geröllfeld und wirklich steil. Von hier sieht es einfach aus wie 90 Grad runter. Gut, das ist frei. Schauen wir weiter. Das ist ein cooles Stück hier. Da kann man es ziemlich laufen lassen. Und hier komme ich zu weit runter. So, jetzt komme ich rechts über den Stein. Und ich sehe, so schlecht, wie das Licht gerade einfällt, ist nicht so geil. So, jetzt kommt der Polster wieder gescheit. Oh Gott, sind Steine. Alles. Kann man wahrscheinlich auch gerade über den Stein, aber das sieht irgendwie ein bisschen sketchy aus. War auch ganz gut gerade drüber. Heute dann umso mehr, aber es geht. So, kurz chillen, aber jetzt geht es gleich noch mal gut zur Sache. So, auf geht's, weiter nach unten. Hier ist der Trail gerade links ein bisschen abgefallen, da muss ich eigentlich aufpassen. So, hier kann man es auch runterjobben. Und jetzt muss ich ein bisschen Schwung mitnehmen, wenn man an dem Ding hier links rein springen will. Jo, ich muss noch ein bisschen weiter, dann käme ich noch besser in den Hang rein. Aber das ist schon ganz lustig. So, jetzt sieht es noch ein bisschen gerade aus. Dann kommen zwei Drops. Die sind nicht ohne. Ziemlich wolprig. Und man muss es echt langsam machen. Nummer eins. Voll wegbremsen. Nummer zwei. Und dann voll den Roller dran. Das knallt gut, hey. Geil. Jetzt ist eigentlich das Waldstück geschafft. Jetzt geht es nur noch über die Wiese. So ein paar Kurven. Mit denen komme ich noch nicht so klar. Aber naja, ich muss einfach ein bisschen üben, Kurven zu fahren. Dann wird es auch noch besser. Gut. Auf geht's. So, hier ballert es richtig. Ich bin am Anfang hier reingejobbt. Aber dann ist es richtig sketchy in der Kurve. Hier auch. Da könnte es mal ein bisschen Shaped gebrauchen. Die Kurven sind ganz lustig hier oben. Aber mit den unteren komme ich noch nicht so klar. So, hier wird man noch mal echt schnell. Zack, 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 batzen. Könnte man auch links so ein technisches Stück fahren. Aber das sieht mega sketchy aus. So, hier muss man voll wegbremsen. Bei der Kurve vorm Haus. Die Kurven muss nicht werden. Vor allem Anliegen. Beziehungsweise, vor allem enge Kurven. So, die ist noch mal richtig eng. Und ziemlich schottrig. Ist echt fies. Rapp. So. Ein paar kleine Kurven. Rapp. 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 So. Boah, die sind so zerhackt, ey. Es geht so auf die Hände. In meiner Oberschenkel merke ich jetzt auch gut. So, hier kann ich nochmal reinspringen. Jo. Ich hoffe, sie sind ziemlich schottrig. Ein bisschen Schiss. Aber. Dann ist es auch schon geschafft. Trail Ende. End of Trail. Geil. Geil. Richtig cool hier. Kann mal wiederkommen. Geil. Schön war's 1-1er. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.